Ja, Korban! Jetzt sind aber sehr viele Leute hier, ne? Also das war gerade eben noch nicht der Fall. Das sind ja wirklich richtig viele. Hi! Okay. Ja, ihr habt wohl keine andere Wahl, als das zu tun, ne? Oh, ne, ich denke ich bin bereit. I am ready. Wahrscheinlich wird es auch ein bisschen länger dauern. Auf wen haben wir denn da noch? Jetzt sind aber viele hier. Holy moly! Ähm, so. Aber Brand. Okay, ich glaube, ist auch jetzt nix, ne? Also ich bin zwar aufgestiegen, aber ich habe hier gar nichts gemacht. Ich bin immer wieder aufgestiegen. Ah ja, wollen wir den gut machen. Wir können halt wirklich nicht, also... Ist echt dumm. Aber ich kann halt echt nicht so viel machen, ne? Hm. Wahrscheinlich der Bogenschütze noch am besten. Da ist noch Jörg aufgestiegen. Oh, können wir hier hoch? Ja, ich werde jetzt wieder aufgestiegen. Es gibt auch noch Zeit. Der hier hat auch safe. Ach, Borden, dem... Okay. Ja, die machen ja alles von sich aus, ne? Brauchen ja gar nichts mehr zu machen, naja. Was sein als OP, ne? Die sammeln ja alles auf. Die kämpfen. Ich kann denen eigentlich beim Kämpfen so zugucken, ne? Um gar nicht selber zu kämpfen. Wenn das nicht gegen so Riesenviecher ist. Was machen das ja alles? Äh, vielleicht könnte man einmal hier Korban sagen... Ja. Bitteschön. So. Hm. Hm. Hm? Ich habe mich nicht so verletzend. sehr schön Dankeschön, Dankeschön da hinten müssen wir hin safe hey hey Ne? Kobalthorn mitnehmen. Das da mitnehmen. Nochmal eins mitnehmen. Okay, da ist nix. Ja, ja. Tut mal... Oh, nice. 200 Gold. Und flammendes Gebräu. Können wir hier noch runter? Gerne hier noch runter. Fuck. Müssen wir auch mal bessere Rüstung finden. Was haben wir hier noch? Da sind auch noch ein paar von denen. Aber ich glaube, wir sollten nicht dem Herren da so ein bisschen folgen. Korban kommt hier nicht mehr raus. Perfekt. Auch schön. ein bisschen haut mitnehmen so etwa hier durch so friedlich ob da ist die stadt zum teil oder was ist hier keine ahnung was da ist das außenposten grenzwache okay wir müssen dann auch noch so viel erkunden holy moly aber ich glaube ich will als erstes mal ich glaube ich will erst mal wirklich die hauptstorie durchbauen dann schon war noch ein bisschen ich weiß ich noch nicht so hundertprozentig ob der darin so rechtens ist so okay Ja, dann lassen wir mal durchgehen hier. Let's go. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hier. Oh, ich seh ne Kiste. Ich will mich dir jetzt mal nochmal öffnen hier. Mensch. Danke. Pestzahn. Mitnehmen, mitnehmen, alles schön mitnehmen. Aber sagen, ihr könntet auch mal einsammeln, ne? Wenn ihr das doch schon so gerne macht. Bemerkt jemand, wenn ich nicht zum Training komme? Okay. Ui. Gucken wir mal. Ups, eingesammelt. Nice. Ah, ist aber hier. Das Ding ist, hier sind überall so Ausrufezeichen. Ich muss nochmal zurückgehen. Was heißt denn dieses Ausrufezeichen da? Oder ist das nur, weil hier so ne Kiste war? Ja, das ist doch voll weird. Hm. Ähm. Okay. Wo war... Okay. Da war ein Schatzbruch. Okay. Vergessene Riftsteine. Okay. Oh, die kann ich wieder auf... Ah, nice. Okay. Die kann man wieder aufbauen. Okay. Dafür muss man nur so diese Rift-Währung abgeben. Ich würde ja gerne jetzt da oben lang, ne? Aber wir wollen mal weiter. Wir wollen mal gucken. Was der Jute... Und, ähm, wie soll noch mal... Ich nehmach. Wie heißt du dir, du da vorne läufst? Äh, äh, keine Ahnung. What was that? Das war ziemlich weit weg. Okay. Eine geringere Last. Weg mit dem. Weg damit. Nehmen wir uns noch ein bisschen Bestien-Rippchen mit. Huch. Äh, kann ich hier nicht hoch? Wurde grad sagen, ey. Hier ist nix. Das ist ja weird. Ich kann nix einsammeln. Ah, guck mal. Ja. War die gas. Wir haben jetzt. Oh, zack Zack, weg mit denen Zack, fake, never come back Okay Die Kobolde da, die sind ja jetzt relativ easy, also das muss man jetzt einfach sagen, ne? Das sind jetzt nicht die, das sind jetzt nicht die schwierigsten Gegner Ja, sammelt immer hier alles auf Nett, noch ein Heifen No, ich nehme mir mal Jedi noch Ja, ja, mach dir mach Ich bleibe einfach hinten stehen, ich lasse mich mal machen Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich schwer Hm Muss ich gleich ein bisschen was an meine Vasallen abgeben Ja, komm, den da können wir mal selber erledigen, ne? Hier sind wir denn, Magier Sind da noch mehr? Da sind noch mehr Machen wir mal auf, ja Während die sich stattdessen kümmern Oh ja Macht ihr mal Sehr schön Und wir steigen im Rang auf Ja, so ist das gut, ne? Machen nix Kriegen alles Okay, ich bin gespannt Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet Sammelstätte der Bestien Ja, nee Hallo Ich gebe mir erstmal einen Schutz Dann nehmen wir da mal mit Weg damit Reifer Apfel Spannend, was so ein reifer Apfel bringt Erk auch Level Up Sehr schön Schon wieder irgendwo fight oder was? Ne, das ist hier oben, ne? Wir können hier oben lang Let's go Oha Ne, ne, ne Hilf mir mal Hilf mir mal Hilf mir mal Hilf mir mal Ich kaste hier einfach ein bisschen schneller So Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas treffe Ich glaube nicht Sonst könnte ich die ganze Zeit den hier einfach machen Da, 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 da Zack, 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 zack Nice Einfach noch mehr Gold Noch mehr Dieser komischen Bücher Das haben wir hier hinten noch Hier hinten ist auch noch ne Truhe Aber ne coolere Truhe Ring der Gleichgültigkeit Aha Äh, guck mal ran Chaos mal gerade Linderung Und dann Lass mich mal gerade gucken Einmal den Ring hier Auch wir haben sogar noch nen Ring Äh, ein klein wenig, die maximale Gesundheit Äh, Schlaghand Verändert durch Schlagangriff erlittenen Schaden Nice Ähm Wir geben die mal dem Korban Und die geben wir mal dem Jörg So, beide können auf jeden Fall was gebrauchen davon Nehmen wir das an die rechte Hand Hallo Und Wo hat der jetzt seinen Ring? Ach, beides Jörg bekommen Dann legen wir dem da an die linke Hand Rechts und links hat er jetzt was Sehr schön Äh Wir sind alle noch nicht so wirklich ausgelastet, ne Und ich hab wieder extrem viel Stuff dabei Ja, es geht Ich bin ja auch ein Mage Ich brauch mich ja nicht so viel zu bewegen Hehehe Hem Und wie immer alles auf hier Äh Noch ein paar Dinge Ich glaub, haben wir alles Wo genau Müssen wir hin? Weiß es nicht so recht Ey, hier wird uns den Weg zeigen Aha Okay Die Richtung Dann let's go Was? Achso, ich hab keine Ausdauer mehr Hä? Hat der mir gerade Ausdauer gecastet oder was? Lager aufschlagen Ne, glaub ich, bauen wir noch nicht Wir sind noch relativ gut dabei, ne? Auch ihn haben wir hier Hallo? Hey, hin, kannst du dir sehen Abo Abo Ähm Der ist Level 9 Einen Tag und eine Nacht lang gemeinsam Das ist sogar ein Das ist sogar ein Spieler Cool Ähm Details Erweckter anzeigen Ach, wie cool Dann kann man auch dem Seinen Erwecken sehen, ne? Und das ist der gute Bo Ja, dann Heuern wir den doch mal an Ja Ähm Wen machen wir dafür raus? Korban? Ja, ne? Ja, wir hauen Wir hauen Korban dafür raus Let's go Zack Tschüss Äh Korban Ne, du kriegst nichts mit Ja Äh, danke Ja, ja Gut, dass du dabei warst Ja, geil Schön, 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 schön Schön, dich hier drin zu haben Mein cooler Müssen wir uns definitiv auch noch Einen Hauptwassal machen Also definitiv Ja Also da will ich auch noch Da will ich auch noch einen richtigen Da will ich auch noch einen richtigen Hauptwassal-Boy haben Dass wir den wegschicken können Und können sagen Hey, guck mal Spiel doch mal ein bisschen mit dem Oh, nice Oh, nice Oh, carsten wir das ja mal Ah, jetzt mal den ein bisschen in Brand stecken hier Ah, das macht nicht viel Damage Immer schön in seinen Rücken rein Und weg mit dem Boy Ja, gar kein Problem hier Und Let's go Oh, what? Äh Warte, wie hat denn hier oben so'n Fass? Entschuldigung, ich habe einen Fass Ich bin hier, weil ich bin Ich bin sicher Ne, so'n Fass Warte Äh Fass Komm schon, komm schon, komm schon Ähm, Feind Du kannst ihn angreifen, wenn du ihn berührst Während du der Tee drückst Sobald du den Gegner angegriffen hast Kannst du ihn stoßen oder ranziehen Neue, er fragst du nicht Okay Äh, heb das da wieder auf Heb das da wieder auf Äh, wirf es Oh, ah, ah Ähm, äh, Hilfe Hilfe Okay, nice Nice Einfach mit der Kraft des Waffens Wir sind wasserbändiger Explosives Fass Gegen Felsen Gleich Wasser Äh Wir sind's recht, meine Sollons, jawohl Ähm, hm Ja, der Ochsenkarre Die Ochsenkarre Was ist die denn? Ach, da, da kommt die Ja, erst mal ein bisschen was raus Unförmiges Auge Okay Ähm, werden wir mitgehen? Ja, komm, wir begleiten die mal zur Hauptstadt Ja, okay Begleiten wir die mal Ich denke, das sollte Passen Ah, hier Laterne So, einmal das da mitnehmen Das da mitnehmen Hup Ah, ja, ja Schluck auf Ähm Ähm Setzen wir uns doch Hallo, setz dich Danke Ah Was? Verlauf der Zeit Zeit ist ein stediger fließender Fluss in dieser Welt Und die Aktivitäten und Verhaltensweisen ihrer Bewohner reflektieren dies Leute bleiben eher nicht den ganzen Tag am selben Ort Und tauchen eventuell nur morgens, nachts oder mittags auf Um die Zeit vergleichen zu lassen, kannst du entweder in einem Gasthaus bleiben oder einer der speziellen Sitze nutzen, die draußen an bestimmten Stellen zu finden sind Einbruch der Nacht kannst du bloß den Boden von deinen Füßen sehen und die Dunkelheit ruft furchterregende Monster auf dem Plan, die man bei Tag nicht sieht Und die Wildnis nach Sonnenuntergang auf eigene Gefahr und sorge dafür, dass du deine Terne im Gepäck hast Okay Manche Gegenstände gesammelt werden können, verändern sich mit der Zeit, indem sie reifen und schmackhafter werden Es gibt auch solche, die, wenn sie genau richtig altern, nützlich bei der Kombination von Materialien werden Besonders für rohe Gegenstände solltest du jedoch im Auge behalten, dass unangenehme Nebeneffekte haben kann Etwas zu verzehren, dass seine beste Zeit hinter sich hat Hm? Ja? Maybe? Gewisse Objekte, die durch deine Angriffe zerstört werden können, erneuern sich, nachdem eine bestimmte Zeit Spanne verstrichen ist Gleichermaßen wachsen Früchte, Beeren und andere Flore, die gesammelt werden können nach einiger Zeit nach Ah Jojo Ja, steh mal auf Ah, mach mal kurz hier, Goblins Ja, lass mal den alten Opa hier Ja, ich kann immer sprinten Ah, hallo Ich bin mit dir Ja, ja, wir handeln mal ein bisschen, ne? Meine Vasallen machen gerade, ja Ja, ja, ich kaufe mal was bei dir Ähm Was kann ich denn bei dir kaufen? Bergmannshosen Uh, das wäre ja richtig krass Uh, das wäre ja richtig krass 2450 Aber, Amin Holen wir, holen wir da mal welche für uns Ja Äh, wir können aber bestimmt ein bisschen was verkaufen Ich hab hier ein paar von denen Die kannst du haben Äh, alles andere Glaube ich, kann ich dir nicht so einfach verkaufen Das brauche ich vielleicht selber noch Wobei, die habe ich jetzt nicht mehr ausgerüstet Die kannst du auch haben Also das da auch nicht mehr Kannst du auch haben Äh, Glänze wie Gold Erhöhlt das maximale Gewicht Das man tragen kann Und 0,15 Kilo Auch für den Hauptvasal Okay Interessant Ja, ja Ihr macht die Glockenzen Achso, während ich rede Machen die gar nichts, oder was? Ja, macht doch jetzt mal Ich erreiche den nicht Mein Flammenstrahl ist viel zu niedrig Ja Ich sammle die alle mal ein Ja, klar Ja, ab wieder drauf Äh, dann lass mich mal gerade gucken Dann würde ich doch mal so ein paar Sachen Vielleicht meinen Vasallen geben Oder kombinieren Weil wir hier noch Sachen kombinieren können Was können wir hier machen? Hartknollen Raborans Ein nährstofferisches Granulat Aus pürierten Hartknollen Stellt eine große Menge an Ausdauer wieder Ja, okay Machen wir mal Optimale Anordnung Ja, machen wir mal Äh Medikament das kühne feuerliche Elemente enthält Wird verwendet, um Verbrennungen zu heilen Okay, machen wir da mal zwei Nehmen wir mal ein Eins Äh Machen wir hier noch welche Jetzt können wir nichts mehr kombinieren, ne? Gut Dann Geben wir die mal dem guten Jörg Einfach alle Ich glaube, wir selber brauchen halt nicht so wirklich was, ne? Äh, die geben wir auch dem Die geben wir Jörg Äh, Jörg muss sich schon noch ein bisschen bewegen können, ne? Ähm, maybe können wir die da noch Borden geben, einen Mittel ist, denke ich, okay So, jetzt sind wir auch wieder auf dem Mittel Kleine Menge an Gesundheit wieder, ja Ja Wir machen hier eh den da mal Kommt mal zu mir Gut, okay Nochmal So, zack Hört ihr alle mal drin stehen Okay Auch nicht Äh, dann setzen wir uns wieder So, perfekt Äh, mal hinsetzen Am nächsten Morgen Ist doch ein bisschen weiter weg Will ja jetzt nichts sagen, aber das ist doch ein bisschen weiter weg Uh, cool Wernwolf Äh, Wernwolf Hauptstadt von Wermond Okay Ich bin auch jetzt gespannt, ob das was gebracht hat Weil wir jetzt mit dem Kahn gefahren sind Und dadurch deutlich schneller da waren Wenn wir vielleicht gelaufen wären Möchte gern, erweckt da Möchte gern, äh 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 Ja, nee, nee, flüchten werden wir sowieso nicht, wir werden das einfach alles beweisen. Ja, ja, let's go. Ja, wir wissen doch alle, das ist nicht der, der da auf dem Thron sitzt. Hä? Was ist denn jetzt los? Äh, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Okay. 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 Vor einigen Tagen. Aha. Einige Monate zuvor, okay. Ähm. 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 Warum tut sie das? Okay. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Oh mein Gott. Okay. 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 Hallo meine Mitstreiter. Aber ich kann mich nicht weiter heilen, ne? Ne. So. Ich habe dem jungen Mann geholfen. Das ist wohl wahr. Wann müssen wir denn jetzt machen? Wir haben extrem viele Gegenstände, die wir mal lagern sollen. Ähm. So. Kann ich die denn unserem Bo geben? Ne. Das war... Das war falsch. Ähm. Die müssen wir Borden geben. Und Borden sagt mir doch jetzt, dass er den muss, was ich nicht machen kann. Nein. Kann er nicht. Warum nicht? Gut. Dann gib ihn zurück an. Ich glaube nur, der Hanferseil und ich können die Sachen ausrüsten. Okay. Schade. Gut. Boah. Mitten in der Stadt. Und es sieht mega aus. So. Dann gehen wir mal unser Zweig verkaufen. Ähm. Wollen wir mal auf die Karte. Da ist das Stadthaus. Kann ich einen Wegpunkt setzen? So. Wir wollen da hin. Okay. Jetzt lag das schon so ein bisschen. Safe. Ich glaube, das liegt dann daran, dass sehr viele... Dass sehr viele NPCs hier sind. Oh ja. 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 Und wir bewegen uns langsam. Dann fällt das Legge nicht so auf. So. Hier haben wir ne... Hier haben wir ne Gaststätte. Hallo. Und das ist das Land. Okay. So. Willkommen. Hier ist die Shakir. Shakir. Hallihallo. Ich bin der Anwalt von Verlnwärth. Ich versuche das Lager zu vermitteln. Okay, dann lass doch mal Lager verwalten und wir kombinieren noch mal was, wenn was geht. Ja, können wir. Dann kombinieren wir hier noch den Rest. Und jetzt geht nix mehr. Dann lagern wir noch mal ein bisschen was ein. Die ganzen Tränke, ja. Wieder weg damit, weg damit. Lampenöl können wir auch einlagern. Die ganzen Bücher können wir einlagern. Das hier alles einlagern. Was das heißt? Schreiben an den Hauptmann. Das hier können wir auch einlagern. So, ich glaub eine davon brauchen wir, denke ich. Okay. Dann mach die mal auch weg. Ja, das ist halt doof, ne? Aber eine können wir weg machen. Das ist okay. Der hat auch noch einen Fisch. So, der hat dann nix. Gut. Ist das noch was kombinierbar? Ne. Bei dem können wir aber nix mit rangmäßig machen. Okay. Ja, besten Dank, ja. Dann lasst uns mal gucken. Wo gehen wir denn jetzt hin? Entfernen. Ah, Laufbahngilde. Die ist dann hier irgendwo. Hier vielleicht? Ne. Ah, guck mal. Oh, hat abgeschlossen. Okay. Ja, aber die Laufbahngilde war da jetzt... Wo ist denn die? Oh, nice. Das ist ein sehr guter Ding. Äh, ähm. Okay. Äh, oder ist sie oben? Kann sein, dass da natürlich oben ist. Trockenobst mitnehmen. Oh, ist aber hier. Tagebuch eines Fahrers. Neulich kam ich am Grenzkontrollpunkt an, nur um zu realisieren, dass ich meinen Passierschein im Gasthaus gelassen habe. Musste zurückfahren, also war ich mit meiner Verlieferung im Verzug. Als ich mich beklagte, sagte ein anderer Fahrer, ich soll demnächst mal eine Bistrinmaske benutzen. Scheint, Partei begünstigt Bistrin, daher könnten sie ohne Passierspein hindurch. Könnte sich lohnen, eine Verkleidung zur Hand zu haben. Nur für den Fall. Okay. Nice. Let's go. So, wo ist jetzt... Ach Gott, da haben wir noch so ein Teil. Jetzt sind wir wieder ausgelastet. Was haben wir hier? Blumenstrauß können wir auch mitnehmen. Ja, dann lass mich mal wieder, dann lass mich mal wieder lagern. Hm. Ich habe drei davon, um einen Lazarus-Stein zu bilden, der Tote wieder zum... Oh, nice. Achso, das dauert auch noch. Okay, keine Ahnung, wo der Meister dafür sein soll. Steht jetzt auch keiner rum, so wirkt... Ah, da unten drin. Ah, da unten drin. Glaube ich. Maybe. Was ist das da? Hallo. Auf, Baden-Gilde. Hi. Ich bediene mich mal gerade. Ja. Äh, ich habe einen Ring gefunden bei dir. Macht ja nichts, wenn ich den mal anziehe, gell? So. Hi. Sucher-Medaillons, okay. Sucher-Medaillons. 240. Dieser Medaillons sind über das Land verteilt, an abgelegenen und unvermuteten Orten versteckt. Bring sie zu einer Gildenhalle und du erhältst mitunter besondere Belohnung, wenn deine Sammlung wächst. Du darfst keinen Stein unberührt und keinen Winkel der Welt unerkundet lassen, wenn du deine Sammlung vollständigen willst. Oh mein Gott. Ne, das werden wir definitiv nie machen. Das kriegen wir nämlich auch nicht hin. Bin ich auch niemand, der 5000 Jahre da rum sammeln geht. Beschwört ein Siegel, das den Zauberner und seine Verbündete von gewissen Schwächungen in Flammen heilt. Zumindest sauberst du... Okay. Das ist das GIFs. Blitzregen. Aber warte, Eisbrocken haben wir jetzt. Für die gantige Eissäule, die Zeit bestehen bleibt und als Trittstein genutzt werden kann. Dem die Säule zerstört wird, bleiben greifbare Eisblocke zurück. Okay, nice. Wir haben einfach tausend noch sowas davon, ne? Gewichteszauern durch Magie, was ihm zeitweise schweben bemültigt. Oh, nice. Direkt genommen. Wir nehmen uns dann ja jetzt mal den fokussierenden Blitz. Wir holen das da rein. Wir haben so viel... Ja, wir wollen das ausrüsten. Äh, wir haben so viel Stuff, ne? Äh. Erzmagier kann man aber noch nicht machen, ne? Kann ich noch nicht machen. Fällig. Wahrscheinlich brauche ich da einen höheren Rang. Ja, dann nehmen wir uns noch die Eisbrocken. Ja. Kommen wir da mal hin. Wir können nicht einfach mehr kaufen, da die Waffenübergung für das hiesige Arsenal in der Gilde im Gebiet von Kobolden geblendet wurde. Ich habe jetzt seitdem, ihr würdet uns selbst eine Waffe übersetzen. Mal sehen, das kann ich. Oh, okay. Okay, also wir müssen ein paar Kobolde abschnetzeln gehen. Guck mal, war der noch hier? Das wäre Startplattform. Schleidert verbündete mit dem Schild in die Luft. Wie cool ist das denn? Schildschlag. Äh, wir wollten Schild Gleichgewicht bringen kann. Okay. Sehr refundierungen. Nutze den Schild. Oft haben wir vom Fallen abzufedern. Ja. Gönnen wir den mal. Dann holen wir hier auch noch die Beharrlichkeit mit rein. Ähm. Und dann machen wir hier noch die, weil wahrscheinlich ziemlich nice, in die Startplattform einfach rein. Ja. Ich glaube, wir hätten vielleicht etwas über die gestohlenen Lieferung erzählen können. Das hiesige Annalen, wir kaufen fast halbe Stände bei ihm ein. Das könnt ihr euch heute sein. Äh, ja, dann gehen wir doch mal dahin. Äh, ja, das ist auch vorrangig, ne? Also, das hat vorrangig für den Großstab. Äh, weil wenn wir den haben, könnten wir wahrscheinlich sogar hier Dings werden. Ähm, Groß... äh, Erzmagier oder so. So, wir müssen uns ein bisschen... Zielkristalle. Eines Reisesteins würde ich augenblicklich zu einem Zielkristall transportieren. Zielkristalle sind permanente Bestattteile von Städten, aber du kannst auch deine eigenen Zielkristalle an Orten deiner Wahl platzieren. Sonst bist du zehn Zielkristalle gleichzeitig an verschiedenen Stellen in der Welt platzieren. Einmal platziert, kann die Zielkristalle entfernt werden, wenn du ihn woanders hinlegen möchtest. Du musst mindestens einmal mit permanenten Zielkristallen in Städten interagieren, bevor sie als Reiseziele verfügbar werden. Okay. Let's go. Interagiert. Äh, dann gehen wir doch mal zu dem... zu dem Boy. Also, es wird... es wird halt jetzt wieder ein bisschen laggy. Deswegen... ich mach's so langsam wie geht. Weil draußen in der Welt ist das gar kein Ding. Da sind auch wenige... da sind auch wenige... äh, Assets und so weiter und so fort. Da ist das überhaupt gar kein Ding. Aber... Wenn wir hier so ein paar mehr Kärtchen rumlaufen haben, ein paar mehr Assets... Und dann ist das auch wieder was anderes. Wahrscheinlich ist das er hier, oder? Oh, auf! Rodriks Schmiede! Ja, na klar. Ja, na klar. Ja, ja, klar, natürlich. Oh, ich kann Ausrüstung verbessern. Waffeversicherung. Wenn du volle Materialien zur Hand hast, kannst du deine Waffe in jedem Laden mit einer Esse verbessern. Erwege deine Waffe entsprechend deiner Stufe, deinem Kampfspeed zu verbessern. Es werden verschiedene Schmiedestile bei der Verbesserung eingesetzt. Jeder führt zu einem anderen Ergebnis, wie einer moderaten, allgemeinen Verbesserung oder einem signifikanten Ansteiger der Magie oder Macht. Mhm. Holy moly, das Spiel wird deep. Das Spiel wird ja richtig deep. Ähm, was kann man hier machen? Magie verbessern? Gewicht? Wird niedriger und Stärke wird größer. Wir brauchen nur Gold zu bezahlen, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? Gibt keine... Ja, dann machen wir mal. Eine Verbesserung, okay. Wenn das nur Gold ist, wir haben ein bisschen was. Mittlerweile haben wir doch ein bisschen was, ne? Äh. Dann tun wir das mal alles aufwerten. Boarden können wir nix aufwerten. Bo können wir auch nix aufwerten. Ja, wir können echt dann nur unseren Geist was aufwerten, oder was? Ja. Okay. Aber das reicht auch schon. Also wenn wir für vier Leute dann immer aufwerten müssen, das wäre halt auch wirklich viel. Das wäre halt wirklich, wirklich viel. So, ich habe mit dem Schmied gesprochen. Das ist wohl wahr. Ähm. Dann gehen wir... Dann gehen wir das direkt beschaffen, oder? Dann gehen wir da direkt mal nach draußen. Äh. Ich würde mal einmal auf die Karte gucken. Wo sagt der denn, dass das sein soll? Äh. Warte, wir müssen, glaube ich, einmal auf die Außenkarte. Oh mein Gott. Das ist, äh... Ein bisschen weit weg. Aber warum nicht? Es wird aber Nacht, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich sollten wir dann noch einmal kurz schlafen gehen. Ich meine, jetzt haben wir halt wirklich insane viel Gold. In der Nacht hat sich auch nochmal gebessert. Ich glaube, das ist auch Raytracing, was so ein bisschen dazu führt. Weil in der Stadt ist, äh, wird, äh, wirft das Licht halt überall ab, ne? Äh. Ja, lass mal bis zum, bis zum Morgen ausrufen. Okay. Dum, dum, dum. Sehr schön. Ja, ja, ich bin ready. Ich hoffe, ihr auch. Auf geht's. Boah, guckt euch diese Geilheit an, äh. Guckt euch das an. Das ist mir jeder Frame ein Bruch wert, äh. Leider muss ich das schon so sagen. Wer bist du? Hallo? Okay. Das ist mir wirklich jeder Frame ein Bruch wert. Guckt euch das an. Hello. How are you doing? Äh. Let's go. Wir machen uns auf den Weg. Nur zu Fuß hinzugehen ist tatsächlich ermüdend. Ne, wir gehen aber zu Fuß. Hallo? Hä? Äh, Problem ist... Ich glaube, wir müssen über das Feld hier laufen. Ja, auch super. Auch super. Wie du siehst, gerade Drang Stock mal zwei am Zocken. Ach. Guck mal. Können wir in das Haus rein? Hallo, Haus. Da ist eine Kiste. Let's go. Wir nehmen mit. Hallo. Oh Gott, meine Wasein. Ding, 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 ding. Ding. Ah, die stecken sich einfach alles rein. Die stecken sich einfach alles ein. Ah, schön. Sehr schön. Das da ist Wasser. Kommen wir hier auch irgendwie rüber? Äh, ich muss da hinten hin, ne? Ich glaube, wir müssen noch einmal zurück. Müssen wir wahrscheinlich über die Brücke oder so irgendwie drüber gehen. Wenn da eine ist. Also, wenn das da eine Brücke überhaupt ist. Ist das eine Brücke? Man weiß es nicht, ne? Warte mal. Äh. Wir gucken hier. Ah, ja. Ah, ja. Das ist eine Brücke. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück in die Legende Stadt.